hey leute willkommen zu einem neuen format ein stück weit aus der not geboren das gebe ich gerne zu aber vielleicht entwickelt sich daraus ja auch was ganz lustiges interessantes er die den ihr da unten seht der hat aufgenommen vor einiger zeit den letzten spieltag der online bundesliga der zweiten liga genauer gesagt mit mir in einer mannschaft im stream team und ja es gab irgendwie ein wenig sound probleme wenn wir mal kurz rein ja das habe ich also auch festgestellt und deswegen mache ich jetzt hier ein bisschen das kleine vögelchen und wird einfach mal eine serie von eddie mir anschauen ich habe sie auch vorher komplett noch gar nicht gesehen ich weiß natürlich wie es ausgegangen ist aber das will ich jetzt natürlich noch nicht spoilern mit anderen worten ich schaue jetzt genau wie ihr das erste mal drauf und ja mal schauen wo es unterschiede gibt wo ich vielleicht anders gespielt hätte was ich hier so erkenne und wie ich das ganze kommentiere ist sicher für alle ein ganz interessantes experiment hier erster stich klassische situation beim ersten mal ist die chance am größten also auch wenn man hier viel trumpf dagegen hat immer die c karten rein ja wie gesagt in der zweiten karte ist die chance deutlich größer dass der allein schwer keinen mehr so ungewöhnlich beim farbspiel dass er hier kreuz abwirft das war mit sicherheit blank hat er also einen blanken herz einen blanken kreuz oder es war ein sehr guter bluff aber das glaube ich jetzt natürlich eher weniger ja von so daher macht er die sich jetzt natürlich auch gedanken soll er da jetzt schon das kreuz erst seinen letzten vollen drauflegen er tut es nicht kann man sich ja so machen die frage ist wo im spielverlauf wird man das kreuz unterbringen wahrscheinlich gar nicht so kriegt bietet man wenigstens nur elf augen in einem stich an und im übrigen ist der abwurf der karo aus dem drilling hoffentlich oder vermutlich beim fünf trümpfer genau drei karos ein und ein dann auch nicht hilfreich für den herrn rind so ich glaube hier wäre ich auf die idee gekommen vielleicht mit trumpf abzug zu spielen andererseits ganz schön wenn da jetzt nicht rausgenommen wird dann fliegt danach auf den letzten herz noch der karo weg so gesehen war der trumpf abzug gar nicht nötig und kling da hat es doch schon eingeschlagen und es gibt tatsächlich die ersten 40 punkte das spiel war natürlich jetzt auch nicht brillant muss man sagen fünf trümpfer links und rechts eine blanke dusche und dann noch ein astrid auch ohne zehn aber auch mit zwei einen trumpf vollen eingesammelt also ich bin mir nicht sicher ob das so eine gute idee war da auf die herzen im zweiten stich abzuschmeißen ich glaube da ist man gut beraten erst mal den vollen einzusammeln noch nicht zu viel von dem spiel zu verraten gut wir sind schon im nächsten spiel es wird mit einem peak nachgesetzt und der sieht ja ein bisschen besser aus und wenn wir uns das mal anschauen hole ich schon mal die glocke runter immerhin es stehen wieder die trümpfe dagegen so dass trumpf ass hier erst mal einen stich macht 36 jetzt scharf die karo zehn okay und da ist noch ein trumpf der kommt ein bisschen überraschend muss man sagen denn an sich hätte man dann trumpf 10 zunächst erwartet und nicht das trumpf ass dann wäre das noch deutlicher gewesen aber die hatte hier die komplette übersicht und jetzt klingen wir natürlich noch mal gut das ist natürlich bitter wenn ein beim spiel mit rein gegen die ganzen trümpfe in einer hand dann noch das seiten ass abhanden kommt ja also batzenberger asse hier mit einem klassischen fehlstart die noch kein material aber schon zweimal gut mit dabei gewesen ja so kann es gehen und an der stelle würde ich dann erst mal sagen prost ihr lieben das scheint ja auf diese weise auch eine ganz kurzweilige geschichte zu werden zumindest macht es mir an der stelle schon mal mehr spaß als ich erst mal vermutet hätte hier auch wieder eine klassische situation wie kam er denn auf kreuz ausgerechnet kreuz fünf trumpf dagegen da ist jetzt schon wo der herzbube beim partner war und spätestens jetzt acht du elend es ist sogar nur vier trümpfer ist jetzt natürlich schon die trumpf 10 am hängen es sei denn die ist gedrückt herz ass haben wir gar nicht so gerne gesehen auch herz 10 nicht denn sonst wäre das jetzt ja hier schon eine ganz klare nummer gewesen sonst hätte ich noch herz und herz und herz kommen können und hätte es auf gar keinen fall menschlich gegeben aber auch jetzt da sind noch herz und piek in masse und es fallen alle karo vollen um meine güte 20 augen was ist denn hier los und jetzt kommt hier ein spiel das ist ja nun kurz vor dem gang hand ich glaube nicht dass er den hier macht dafür ist das mit der kreuz 10 natürlich eine ecke zu schwach ja jetzt bin mal gespannt macht er jetzt den krank ich glaube nicht ich glaube nicht da sieht man die ganze routine natürlich ist der krank gut natürlich hat der krank sicher irgendwo 80 prozent plus chance aber wenn dann das farbspiel gegen richtung über 90 prozent geht dann ist es halt immer noch doppelt so gut und du kannst ja bei dem gang einfach nicht den bauern ausspielen es sei denn du bist ein bisschen auf krawall gebürstet und damit hat der krank auch sehr wenig schneiderschancen der kreuz dagegen hat seine schneiderschancen und dann geht es eben hier gar nicht um einen riesen unterschied das ist die geschichte das chance risiken verhältnis lohnt sich einfach nicht in dem moment wo du es dann nicht gleich als krank hand ansatz und ein buben raus feuerst und das verbietet sich eigentlich auch mit der ganzen routine mit allem was man in jahrelanger bundesliga erfahrungen gesammelt hat dann kannst du nach der findung halt an sich den gang auch nicht mehr spielen so ja er die hat interesse das ist klar wer hätte es nicht vor allen dingen wo nicht eine lusche im blatt ist ist doch sehr die frage ob man es wirklich unter null ziehen lassen kann 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 man nicht sagt auch er die reizt die 20 findet sehr schön und hat jetzt auch wieder ein ganz solides peak spiel auch hier die versuchung das ist eine der großen stärken von eddie die disziplin sich nicht von solchen karten dann auch in versuchung führen zu lassen und plötzlich doch mal ein krank loszumachen der dann einfach gegen eine entsprechende verteilung einfach auch zu leicht dann für die gegner ist kommt dann karo auf den tisch ist es schnell passiert so hier eine der wenigen situationen wo man aus kreuz herz bube mal wirklich gut den herz buben spielen kann weil nach mitnahme sich weiterhin auch die trumpf schere immer noch über die trumpf bilder realisieren lässt und jetzt haben wir hier direkt kreuz auf abstich es scheint als ob es hier nicht nur gegen die anderen so ist dass die trümpfe ordentlich dagegen stehen sondern auch wir haben hier die volle trumpf gegenstellung zu befürchten das ist aber mit dieser beikarte natürlich in dem moment noch nicht mal ein riesengroßes problem dafür war das spiel einfach viel zu stark karo 10 konnte auch nicht untergebracht werden ja erster blick mal nach ein paar spielen sechs spiele gespielt eddie steht auf 200 die beiden anderen im minusjahr wenn es immer so einfach wäre wenn es immer so laufen würde so kann man arbeiten und ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher habe es nicht mehr genau im kopf ich glaube in der serie lief es bei bei mir auch sehr gut und bei allen anderen aus der mannschaft auch und so gesehen hatten wir glaube ich in dieser serie dann auch schon die punkte reingeholt die es noch gebraucht hat um den aufstieg abzusichern jetzt habe ich doch ein bisschen bin ich ins schwärmen gekommen hier ein bisschen doch ein bisschen gespoilert ein bisschen schon verraten sollte die spannung nicht nicht rausnehmen hier ist vielleicht weniger der spannungsbogen das ausschlaggebende als mal wirklich einem profi bei der arbeit zuzuschauen ist ja doch noch ein bisschen was anderes bei eddie selbst mit in die karten zu schauen als wenn er bei mir in den streams zu gast ist da seht ihr ja dann eher meine karten so gesehen auch für mich hier eine ganz interessante geschichte ja auf 20 raus keine frage gerade wenn wenn du so gut gestartet bist dann ist ja auch schon ein bisschen der grund gelegt dass du ihm so ein ding wo du die risikoabwägung hast wenn du schlecht stehst wird zu vielleicht das mal in der wägung ziehen ja auch noch die null zumindest zu halten in der hoffnung eine verstärkungskarte in vorhand zum greifen zu finden wenn du aber so gut stehst dann müssen die anderen ja jetzt auch erst mal wieder ein spiel gewinnen und da gehört es sich einfach mannschaftsdienlich hier das blatt auf 20 zu passen das ist ja sowieso die geschichte in der mannschaft spielst du es ein bisschen anders hier mal etwas ungewöhnlich herz piekbube statt herzbube blöfft häufig natürlich auch den den mitspieler ein bisschen also auf die idee wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen macht ja in dem fall auch überhaupt keinen unterschied nichtsdestotrotz so eine nuance da hätte ich wohl ein wenig da hätte ich einfach den herz bumm gelegt so jetzt ist es raus eddie was hast du denn da gemacht wollen wir noch mal in die nachträgliche ins nachträgliche gespräch vielleicht gehen ja fünf bilder ich habe es oft genug bei mir gesehen da kann man in dem moment natürlich auch nicht viel falsch machen also es gibt auch gute nachrichten das ist vielleicht auch nicht gar nicht die erwartungshaltung hier groß irgendwie was einzufahren wo nur ein mann gereizt hat es klärt sich das blatt recht schnell drei bauern kein piek das ist insofern auch gut im sinne des schneider frei so jetzt sind hier die herzen zu sehen vier herz wenn ich es richtig verfolgt habe im schneider freisinn sind wir da sicher auch noch auf kurs so gut pick dame war jetzt natürlich nicht so viel aber direkte rückschub und jetzt noch den einstich beim partner und dann sind wir doch noch raus wusch so ist es auch ja die pustet so ein bisschen durch wenn ich es richtig sehe aber es ist jetzt schwer für mich auch zu sehen jetzt hier ich gucke auch auf die karten und wie ist wird die stimme wobei die jetzt gewesen sein ich denke kann nicht so schlecht gewesen sein bei dem stand aber dennoch zwei dreimal hintereinander solche damenkönig bilder challenges die ja die es gehört dazu die auszusitzen richtig freude hat man natürlich dann im ersten moment doch nicht daran so der gang ist wieder mit zweien hat er den der kaiser ist nie nackt hat mal einer zu mir gesagt also wer jetzt hier den könig vorspielt hat doch auch sehr häufig noch die zehn in der hand dennoch es gibt natürlich auch die konstellation wo das mal die schneider schwarz variante ist und deswegen nimmt er die hier raus in dem moment wäre das tauchen besser gewesen beide züge sind denke ich vertretbar haben wir lange genug gespielt haben hat man beides schon funktionieren sehen oder eben auch scheitern sehen wie immer man sich da entscheidet so der war eingepasst zwei achter die splitten wäre beim blackjack immer mehr fällt mir da nicht zu ein ich glaube eine gute entscheidung dass hier keiner den skat haben wollte sondern die 20 die sind jetzt natürlich auch an der grenze das spiel sieht ein bisschen stärker aus als es vielleicht ist aber ja mit riecher zum erfolg selten so schön gefunden zwei goldene uhren mit kette quasi noch das wären dann drei und jetzt auch noch mit den acht trümpfen gelingt das schnippeln im ersten stich damit ist der schneider schon er war noch nicht ganz amtlich vielleicht wäre sogar trumpf lusche an der stelle eben präziser gewesen um jetzt noch den abstich 23 karo 10 bauer ass gegen trumpf 2 1 auf 29 zu stellen also hier meine ich auch eine kleine unschärfe gesehen zu haben aber letztlich die richtige entscheidung das ding erstmal zu reizen ganz offensichtlich und wenn es denn eine kleine unschärfe war so bleibt sie hier ohne konsequenz das spiel wurde schneider ja und während wir uns hier so um wenn ich mich hier so verquatsche ist auch schon wieder ein drittel um also gerade beim online skat wo es wirklich schnell geht ich bin da selber immer überrascht hier nochmal aufmerksam ein spiel was über fehl startet das ist auf jeden fall spricht entweder für ein sehr starkes oder für ein eher sehr schwaches blatt und daher die hier die vier trumpf dagegen hat ist es ja wohl eher ein etwas schwächeres blatt was nicht mal den die schwäche zu kaschieren versucht sondern sich stattdessen vielleicht vom siegplan direkt auf trump volle ein schießt ja pik wird wahrscheinlich auch der wunsch sein jetzt auf abstich und nein hat er noch mit das ist an der stelle schon wenig überraschend aber das ist vielleicht die chance jetzt kommt auch trump vom partner da ist der erste volle heim ok trumpf zurück ein bauer muss da ja mindestens beim partner sitzen und ich würde sagen jetzt ist es dann auch passiert zumindest in dem sinne dass er die hinten raus jetzt rest hat und da müsste ja eigentlich auch noch der trumpf beim partner sein ist ja nur der vier trümpfer also ich weiß nicht wie gut jetzt gedrückt ist ist da noch eine zehn karo zehn ist noch wenn die gedrückt ist dann hat er wahrscheinlich gewonnen wenn sie nicht gedrückt ist dann müsste es auch wieder verloren sein genau also bei 14 gedrückt hat es gerade gereicht bei vier gedrückt reicht es nicht da bin ich mir dann im nachhinein jetzt nicht so sicher ob der vortrag direkt die erste zu ziehen so richtig zielführend war denn letztlich jetzt ist an keine zehn war gut ranzukommen und die trumpf wollen gut die standen jetzt natürlich auch dahinter also es war in einer anderen konstellation kann das ja natürlich auch gelingen dennoch durch mir vielleicht wäre es hier schlauer gewesen ganz normal in anführungsstrichen mit trumpf zu starten sich noch nicht so viel anmerken zu lassen und zu versuchen irgendwo mit den assen zehn raus zu schnippeln gut auch das ist völlig klar wenn du da selber sitzt und aufs blatt schaust hast du eine eigene idee hast du einen eigenen gedanken das ist immer ein ganz anderer schnack wenn du beim anderen dazu guckst dann kannst du ganz viele schlaue ratschläge geben gerade immer in erkenntnis noch einer weiteren verteilung also wo ich heute hier kritik walten lasse oder kleine anmerkungen mache immer mit vorsicht betrachten der das vöglein auch wenn ich wie gesagt noch nichts hier vorher mir angeschaut hat das vöglein der allwissende betrachter hat gefühl natürlich immer ein bisschen informationsvorsprung ja ist durch das wird nicht mehr als ein peak er dir jetzt sicher überlegt ob er dann zwei kreuz drückt das zeigt er jetzt auch an man kann auch zwei kreuz drücken dann hat man eine kreuz in der hand eine herz wenn man diese zwei kreuz luschen mit einem gedrückten natürlich auch nicht gerne in der hand hält wenn das 31 steht blank rauskommt oder gar 40 dann fallen da auch über 30 oder 40 augen aber letztlich da ist in hinterher dann auch die abwägung was ist wahrscheinlicher es können halt genauso gut auch die 40 augen sonst mal fallen das war jetzt natürlich schon ein bisschen unangenehm ich bin mir nicht sicher ob das nicht auch kreuz steht tatsächlich 4 zu 0 die der volle wurde jetzt übergestochen mehr volle sind da nicht und kreuz buch ist raus wo gesehen hat sich die spannung wieder verflüchtigt aber auch hier bin ich mir nicht ganz sicher ob das nicht eine nuance präziser gewesen wäre diese karo 10 schon mit dem bugen anzuhalten und damit den letzten vollen abzusichern denn theoretisch hätte jetzt herz 10 ja auch noch statt herz könig andersrum sitzen können und das wäre dann die chance gewesen das spiel zu verlieren hätte also nur eine eine karte anders sitzen müssen kreuz könig kreuz hat nicht mal 4 0 sitzen müssen jetzt nach dem überstich einfach kreuz ass könig lusche kreuz 10 herzen und das hätten wir glaube ich mit vorstechen der karo 10 schon verhindert also mit verlaub lieber eddie lass uns gerne auch drüber sprechen mich durch du hast jetzt auch nicht den aller präzisesten tag heute erwischt aber auch das ist ja mal interessant das spiel verlangt ja wirklich so viele und so schnelle entscheidungen auch aber gerade da ist es an sich er die spezialität und stärke dass er wirklich dass man ihn an sich selten bei bei solchen stockfehlern sage ich jetzt mal erwischt sehr sehr selten vielleicht ein besonderes glück heute für mich so das geht in richtung 0 mit kreuz 7 sofort nur mehr mit zwei passenden mit kreuz 8 im aufspiel auch null reizung auf jeden fall ja die findung war natürlich nicht so gut für ein null jetzt gibt es optionen ich glaube er macht trotzdem die null ist immer noch stärker als das sechstrom farbspiel herz dame geht so als einigermaßen passende ergänzung die beiden kreuz gedrückt damit hat die acht auch ausspielen kann und da bleibt natürlich der pik bube das größte problem aber das problem hat sich gerade schon erübrigt so einfach ganz manchmal gehen an guten tagen und jetzt geht es nur noch um die herz dame aber wenn das so gut schon losläuft ja da war hinten der pik könig allen ernstes blank ja wäre eine leichte chance gewesen wenn er hat tanga herr oder frau tangermann da direkt pik getroffen hätte aber das wäre natürlich aus der fünferlänge gewesen und bei null spielt zuerst mal eher die kurzen farben aus und schon was passiert also schon ein bisschen glück das glück des tüchtigen an der stelle und die der gute lautlauf hält so an der stelle greift er die zum smartphone ich denke beispiel 18 erster zwischenstand wird zumindest vorbereitet so wieder vier dagegen der erste wird routiniert getaucht auch den kann man übrigens natürlich noch tauchen um kostet im zweifel zwei augen aber dafür hat man ein bisschen mehr kontrolle nachher über die vollen andererseits hier sind selber noch die dunklen vollen bei eddie in großer anzahl so dass sich das motiv dann vielleicht auch nicht unbedingt aufdrängt so jetzt wird trump oben unten gespielt dann kann er die die pik 10 anbieten und kriegt dann die kreuz 10 noch heim also wenn das kreuz ass erwartungsgemäß beim allein spieler ist dann ist ja nur ein schneider frei drin ein trumpf zwei kreuz müsste er noch haben an sich kann man jetzt auch sogar die kreuz 10 spielen aber das war natürlich nicht nicht zu erwarten ein stich hätte auch hier auf jeden fall noch gereicht um das spiel zu schlagen aber kreuz erst beim allein spieler so spiel 19 oh wie schön ist panama jetzt noch schnell krank hinterher bevor der zwischenstand an die mitspieler geschickt wird das pimp das ergebnis noch ein bisschen auf gut aber erstmal müssen wir natürlich gewinnen aber mit 13 im keller schon sehr sehr schwer das spiel zu verlieren kreuz erste eröffnung natürlich denkst du sofort 15 augen fallen wie ist das mal wieder möglich aber da kommt das hinterher auf 26 jahren jetzt nicht direkt pik mit abstich kommt oder herz mit abstich dann ist es sogar schneider und da liegt der bauer auch noch vorne also ja nach den 15 augen kreuz das pik ass das war vielleicht dann auch vielleicht einfach ein besserer zuchter mal den karo boom zu spielen dann fliegt hinten der blanke pik raus dann ist schneider frei auf jeden fall keine frage so war pik erst wenn man so will im zweiten stich wahrscheinlich die einzige schneider karte aber gut nehmen wir mit noch ein 120er zum absacken und dann schon meldest du zur halbzeit plus einspielende 700 zwischenstand statt 500 sieht ja auch gleich ganz anders aus ist bei allen auch gut angekommen ich glaube wie gesagt in der serie hatten wir alle zur halbzeit diese 700 liegen also ein ein sehr erfreuliches mannschaftsergebnis überall ja und dann heißt es im endeffekt wenn man da noch die minusstände der gegenspieler somit einkalkuliert schon ab diesem moment wo die information verteilt war und bekannt wurden war es jetzt so ein bisschen lockeres auslaufen lassen sehr unwahrscheinlich dass jetzt hier noch was hätte anbrennen sollen wir hatten eben wirklich zur hälfte hier schon einen veritablen vorsprung erzielt also schauen wir einfach mal wie die serie jetzt weiter läuft erstmal der übliche letzte stich mit dem könig zu dritt hinten raus holt er den schneider frei für 18 ist jetzt auch kein riese natürlich der siebte trumpf war schon wichtig aber das ist ein richtig gutes spiel ist kann man immer noch nicht sagen fünf stich in der abgabe den drückt drückte ihn so gut das schöne ist also man hat ja hier immer mal mehrere varianten den zu drücken man kann sogar auch mal die zehn oben lassen fünf stich in der abgabe mit offenen karten sieht das wie eine katastrophe aus aber du spielst es ja nicht mit offenen karten und was da eben häufig bei den sieben trümpfern der fall ist da beide gegenspieler meistens eben gar nicht so viele trump stiche haben steht trupp 2 2 dass wir so super aber auch wenn trupp 3 1 steht 3 1 steht dann derjenige der dann nur zwei ein oder zwei trümpfe hat der will meistens nicht die vollen anbieten das heißt in diesen konstellationen wirst du diese drei luschen gerade wo noch 14 augen im keller sind häufig relativ günstig los also gucken wir was hier passiert ich glaube da war karo 10 die karo 10 war offensichtlich nicht gedrückt dann war karo könig gedrückt na der sah natürlich ein bisschen das ist schon sehr unangenehme eröffnung jetzt auch noch die übergabe wieder getroffen was war denn das doch schon richtung 40 da darf nicht mehr viel passieren gut herz lusche muss glaube ich jetzt einmal abgetragen werden natürlich kann danach noch mal karo kommen aber günstiger kann man sich das schließlich auch nicht los sind nur herz dame kein voller mehr hinten jetzt sind wir plötzlich irgendwie wieder im rennen jetzt trupp 2 1 steht ist noch wirklich alles gut aber trupp steht irgendwo musste das ja herkommt trupp steht zu viert und dann fallen jetzt natürlich die vollen die eben noch nicht gefallen sind die fallen jetzt ach da ist sogar noch peak 10 das ist ja wirklich interessant dass da nur herz dame reingehen und nicht peak 10 also das war jetzt natürlich eine ganz klare nummer das spiel nach der findung gegen vier zu null trump verteilung natürlich nicht zu gewinnen da waren es ja auch nicht fünf abgabe stiche so ihr habt es gar nicht gezählt durch den überstieg war es eigentlich sogar dann noch sechs abgabe stiche so jetzt aber gleich wieder ein hinterher und der sieht natürlich sehr gut aus eine sehr sehr starke bei karte ich sag mal das spiel der richtung 90 prozent und ein bisschen mehr vielleicht sogar also ganz selten zu verlieren meist nur wenn da links und rechts gestochen wird ob da einer 45 trumpf hat ist bei dieser bei karte meistens gar nicht so ausschlaggebend gut fünf trumpf aufwärts und dann der doppelläufer kreuz kommt nicht das kann so ein wie ich in die niederlage sein oder eben eine ganz gleichmäßige trümpf verteilung und dann karo und kreuz auf abstich aber beides eben ohne gegenreizung einfach nicht wahrscheinlich und guck mal hier muss er die sogar volle doch dazu schmeißen ist jetzt nicht so dass es sich gegen die trümpfe richtig günstig entwickelt hat aber es reicht ihm trotzdem für einen ungefährdeten sieg mit 71 auf ja da geht er die rein ohne zu zögern interessant muss ich sagen interessant natürlich bei passe passe wenn du zu lange nachdenkst dann kannst du es vielleicht schon fast gar nicht nehmen das kenne ich selber wenn dann muss man in einer fließenden bewegung mit dem in dem vertrauen das ding aufnehmen die empfindung war überhaupt natürlich war ein buge da drin aber es war im weitesten sinne dennoch noch unter erwartung so null wäre eine variante gewesen aber mit 20 im keller und den beiden zug jungs in vorhand kann man natürlich auch mal diese farbe spielen ich glaube ich weiß nicht glaubt den hätte ich kann man auch natürlich auf unterschiedliche weise vortragen der die nummer hier ist jedenfalls nicht hingehauen es wurde nicht geschnippelt das ist natürlich sehr glücklich muss man sagen dass jetzt da tatsächlich nur die trumpfdame liegt und nicht etwa ein trumpvoller denn ja was hat denn was war denn die trumpfdame für ein stich ansonsten hätte der trumpvolle den hätte er die dann entweder nicht übernehmen können oder nur zum preis dass der andere trumpvolle hoch gespielt wurde also so hat obwohl eigentlich die die ganze nummer nicht gut hingelaufen ist hat dieser vorsticht karo könig mit der trumpfdame ist es war so nichts halbes und nichts ganzes der hat das spiel komplett saniert noch muss man sagen also da hat der partner der rind hatte den riecher karo zehn im keller sonst hat darauf gespielt und der partner ist diesen hatte dieses vertrauen nicht war sich aber auch nicht so ganz sicher hat dann so ein zug so aus der mitte gespielt aus trumpvollen und trumpfdame mit der dame und das war jetzt wahrscheinlich die schlechteste option so es geht weiter also interessant erst mal dieses spiel eben bei dem guten stand überhaupt zu nehmen vielleicht war der stand schon so gut dass er die gesagt hat gut da kann man auch eben dann noch mal einen versuchen jetzt hast du hast und zehn gesehen schnell noch mal den könig spielen da ging die pik lusche auch günstig weg also plötzlich die einschläge kommen näher aber gut hier war natürlich trotz alledem nichts los aber es hält einfach kommt jetzt die anderen sind stück weit fällt auch demo realisiert zwischen ergebnisse bekannt schon selber viele spiele verloren eddie kommt günstig ran wenn es dann mal gar nicht so gut drin lag dann gehen die meisten spiele dennoch spiel 21 bisher hier die ausnahme was ist hier los bauernabzug dann karo gegenfarbe gezeigt wenn nicht beide karos gedrückt sind können jetzt die nächsten fünf stiche kommen da findet der tangerman entweder sind die beiden karos gedrückt oder der spieler bleibt bei seinem plan hat die gegenfarbe hier nicht korrekt interpretiert wie gesagt oder oder es ist karo dann doch gedrückt eddie willst jetzt wissen er will wissen sind die karos gedrückt natürlich bringt dich das gefühlt erst mal so ein bisschen auf palme dass so ein spiel so lässig einfach den bauern raus gespielt wurde und dann einfach nicht karo kam aber hier kann es ja tatsächlich sein dass dass die beiden karos im stock waren da war die fünferlänge nee es war ein karo da es ist nur ein karo gedrückt hier gibt es ja das sowas will man in der diga natürlich nicht sehen unbedingt dass dieses spiel dann doch gewonnen wird sogar mit schneider wo das spiel nach bauernzug komplett offen war an sich nur gegen verteilte bauern ging ja batzenberger asse musste wohl was tun da kann man das risiko verstehen er die hier ich denke mal ein bisschen aufgebracht gut man ist lange noch im geschäft den vorfall hätte ich gerne aus seinem munde jetzt gehört was er dazu gesagt hat aber das habt ihr mitbekommen wie sich das anhört deswegen nehme ich das einfach mal so hin und überlegt mir mit meiner erfahrung was man dazu denkt jetzt kommt das dicke ende gleich der nächste gang abklapp schneider hinterher wo man so denkt ja der geschenkt dann gibt es den und plötzlich kämpfen sich die batzenberger asse wieder an die geschichte ran so ein acht trümpfe aber heute schon gesehen da waren aber noch zwei trümpfe drin dieses hier könnte der nächste sein drei reizung da bekommt er ist okay findung jetzt nicht dünne aber was willst du erwarten wichtig war eigentlich das jetzt nicht irgendwie sowas düsseliges wie pik bube drin liegt dann wäre es vielleicht irgendwie null geworden wenn hier nicht wieder irgendwie der zwei trümpfe zum überstich kommt dann ist die sache doch klar so jetzt schon rechnerisch nach 25 theoretisch na wenn alle drei bauern sitzen mit drei schmierung aber das ist ja komplett unrealistisch bei der reizung das war ja klar dass sie hier verteilt sind also weitere 44 punkte da sind wir wieder weg kreuz bube zwar ansonsten damenkönigs challenge aber ich glaube bei eddie kann allmählich auch einfach auch die luft mal raus lassen ganz entspannt wie gesagt es hat zur hälfte schon richtig gut aus hier gab es auch bis auf das eine spiel ja also die glücklichen verläufe würde ich sagen haben doch noch klar überwogen und so gesehen läuft das hier alles auf ungefähr drei punkte hinaus da kann man dann auch mal die eine oder andere unschärfe verzeihen fünf augen im trumpf wieder auf jeden fall im trumpf noch was dagegen alleinspieler dreht auch sofort auf die beikarte fünf trumpf doch zwei kreuz nee zwei kreuz klar herz als und karoas okay wahrscheinlich karoas lusche deswegen geht er jetzt erstmal über die vollen ne herz als lusche es könnte knapp werden also ich denke mal die vollen könnten am ende gut wieder mal vier zu vier verteilt sein und dann kann die nummer knapp werden ich glaube den tja muss man erstmal nehmen jetzt müsste partner hoch vorstechen partner hoch vorstechen genau so passiert ist das war die chance und jetzt noch die karo 10 einsammeln ich glaube das ist jetzt also irgendwo um die 60 rum nicht weit entfernt geht das spiel jedenfalls aus habt natürlich nicht gezählt brauche ich auch nicht aber vom gefühl her die ist am nachdenken der hat irgendwie gezählt und weiß ob es jetzt reicht oder nicht reicht sonst setzt die trumpf 10 gegeben gut aber das konnte sich der alleinspieler natürlich jetzt aussuchen das konnte der alleinspieler sich aussuchen ich glaube eine volle trumpf 10 oder die karo 10 kann er jetzt immer holen da hätte wahrscheinlich die karo 10 vorher schon an bord gehört da fällt mir auch nicht viel zu ein hätte ich auch gemacht soweit und nach verteilten bauern wieder ein schneidergang also die batzenberger asse für die kommt sicher darauf an wenn überhaupt gegen die andere mannschaft noch wieder aufzuholen das ging nach einem kompletten fehlstart ja jetzt einigermaßen in die richtige richtung drei schneidergangs der erste ein bisschen schmeichelhaft wenn er die jetzt hier nach einer erneut sehr guten findung mit trumpf ass wieder ein ziemlich solides farbspiel zelebriert das hätte auch dusseliger laufen können das ist schon wahrscheinlich dass der aus dem drilling kam es sind ja zwei peak gedrückt deswegen geht er die hier auch ran und gut wenn jetzt noch trumpf 1 1 steht kriegt er sogar die trumpf 10 ja und dann was haben sie denn vier dann den überstieg 14 ja jetzt kann glaube ich auf die herz dame an durch die herz dame sind sie glaube ich jetzt gerade raus man kann auch und auch das sieht ja wieder aus wie ein relativ leichter vortrag ohne gegenwehr schön gefunden also nicht überragend schön aber schön genug potenziell übrigens ist das spiel natürlich gegen vier trümpfe in einer hand und die drei fehlenden folgen karo aszeners in der anderen hand auch leicht zu verlieren weil dann wenn es so gesessen hätte könnten die gegner auch vielleicht gar nicht so viel falsch machen die würden einfach die vier trumpstiche machen mit ein und mit 25 eigenen augen in trumpf und zwei augen dazu dazu drei volle und ein bild wup also mathematisch hört sich jetzt irgendwie unwahrscheinlich an ist es auch aber als wenn du lange im geschäft bist dann hast du alles schon gesehen und dann kannst du auch mit einem blick sehen ja an tagen es gibt so tage da kriegst du dann so ein ding bei pass pass an die rüge aber meistens muss man sagen wenn einer die beiden alten und trumpf als 10 hat hätte der wohl auch 18 gemacht so hier in mittelhand würde ich sagen klassisches beispiel in mittelhand würdest du eins und eins drücken also jeweils eine dunkle lusche in beiden farben halten in hinterhand tust du das nicht da drückst du ihnen zwei in einer farbe herz bube habe ich hier was verpasst da muss doch noch ein bube sein also herz bube ist natürlich auch unscharf gespielt weil dem partner ein anderes trumpfeld vermittelt wird am ende hat er die hier aber im glück dass er jetzt genau in der richtigen farbe die beiden luschen oben hat oder die richtige farbe gedrückt hat kreuz wurde gewimmelt nicht pik und damit hat er mit dem pik vollen einfach den sack zu machen können karte stand gar nicht so schön vier trumpf dagegen und ich glaube es war die eine farbe frei aber dadurch war auch halt die das überspiel nicht da und damit wurde einfach der pik voller eingesammelt die eröffnung mit herz darm aber auch gelungen also erneut kein weltriese aber spielt sich heute alles irgendwo so hin es spielt sich so hin und am ende muss dann eigentlich konstatieren ja es waren einige sehr gute karten dabei aber jetzt wir gucken auch eine ganze menge auf diese diese mischmasch blätter und am ende des tages ist es dafür doch gefühlt verdammt deutlich wie die serie aus gegangen ist einiges lief wirklich glücklich hin so der abtrag hat einen preis da auf drei augen abzutragen es kommt mit einem preis jetzt ist der überstich da trümpfe getrennt jetzt hier karo 9 um gegebenenfalls später auch mit der sieben noch aus dem stich raus bleiben zu können gut für die karo 10 damit hat sich wahrscheinlich hier das thema schon erledigt sind die überlegen aber jetzt noch aber jetzt sich herz wegschmeißt um diese kar ob diesen karo darm stich zu halten was kann das denn da sein fünf trümpfer partner noch ein trumpf der karo drilling dabei dann war es schon genau richtig so rum nur dass doch das reicht ja noch mensch was erzähle ich denn da es war auch kein gutes spiel karo zehn blank durch den abwurf konnten die trümpfe mit dem überstich getrennt werden und da war es schon passiert da war es schon passiert das ist die kunst in auch dann nur in gleichmäßigen trumpf stellungen immer irgendwie so eine unwucht in die karte rein zu bekommen je nachdem hier haben wir auch wieder scheinbar ein schneider karo nachdem die p10 jetzt geschmiert wurde und um genau diese unwuchten zu erzeugen dafür sind auch die kurzen ausspiele die blanken ausspiele so so wertvoll da nimmt man viele spiele einfach trifft man damit an an den an den bundesten punkten nicht jedes manches spielst du dann auch mal stark aber häufig genug klappt es so jetzt hier noch mal der letzte versuch der herz ist nicht mehr möglich er die sagt was was soll's wir liegen weit vorne ich habe 1300 die chance die lässt er sich nicht entgehen kann hier sicher auch noch mit so einem halben pferdefuß karo zehn oben spielen mit der chance aber er die drückt eher traditionell ja jetzt karo zehn oben wäre gar nicht so eine düsselige idee gewesen es sei denn es kommt jetzt der einstich dann hat er wieder alles richtig gemacht ne kommt nicht abwurf deutet an sich auch eher darauf hin dass vielleicht mal zwei buben dagegen stehen aber das ding ist trotzdem ja nicht automatisch verloren obwohl mittelhand jetzt korrekt eigentlich abwirft wirft herz ab und wirft peak ab und trotzdem kommt jetzt peak hinterher und dann sind die bauern auch noch verteilt also ein irgendwie unglaublicher verlauf dass das ding jetzt plötzlich noch schneider wird das kann ich jetzt auch nicht so richtig erklären warum da jetzt karo könig an sich nicht gestochen wurde war genau richtig aber ja man kann es manchmal nicht erklären ich gehe hier mal eben auf pause das ist der endstand 15 zu 1 viele viele spielanteile fast 1000 abgenommen und 900 abgenommen und damit die in dieser serie auf jeden fall auch ein garant der leicht eingefahrenen drei punkte damit stand der aufstieg fest die letzte serie war dann wirklich nur noch schaulaufen wir haben in dieser saison auch ich glaube wir sind ja jetzt in der zu sechs oder sogar zu sieben alle streamer waren in der mannschaft und wir haben auch wirklich gut durchgetauscht also er die hat nur vier serien gespielt zwei von vier spielten ich habe auch nur vier serien gespielt alle haben ein sehr gute ergebnisse gespielt vorneweg thomas den ich übrigens die tage wieder bei mir im stream habt mit einem sensationell guten schnitt aber auch martin micha haben gepunktet marco und eddie auch und und julian auch ich glaube wirklich der einzige in dieser saison wirklich vom ergebnis her richtig unterirdisch war das bin ich aber das konnte die mannschaft so was von leicht wegstecken ja und dann bin ich gespannt schreibt mir gerne mal in die kommentare wie ihr dieses duo hier der harte und der zarte das vöglein und sein ja weiß gar nicht und sein switcherer wie ihr das gefunden habt und ja wenn es euch gut gefallen hat dann behalte ich mir vor dass vielleicht beim nächsten mal mit voller absicht noch mal so zu machen da kann ich nur sagen die macht noch mal ein schönes foto und du brauchst wenn du den sound nicht hinkriegst dann sorge ich für die bespaßung mache ich den ton noch mal kurz an die deine und da ist es schon vorbei letzte worte von eddie gibt es jetzt nicht und so gesehen sage ich dann auch tschüss bis bald und wie immer gut bleibt